Es gibt bestimmte individuelle Persönlichkeitseigenschaften, die eine Radikalisierung begünstigen können. Ein übersteigertes Selbstbild und leichte Kränkbarkeit zählen ebenso dazu wie etwa der Hang zum extremen Schwarz-Weiß-Denken. Auch Affekte wie Bedrohungs- oder Ungerechtigkeitsgefühle spielen häufig eine Rolle. Doch auch radikalisierte Individuen sind nie alleine. Sie haben Familien und Freunde, sind Mitglied in Vereinen oder Klicken, gehen zur Schule, kurz. Sie sind in viele gesellschaftliche Zusammenhänge und soziale Gruppen eingebunden und werden von diesen geprägt. Problematische oder sogar traumatische Erfahrungen, die in der Vergangenheit in diesem Umfeld gemacht wurden, können hier ebenfalls zu einer Radikalisierung führen. Vor allem, wenn Familie oder Freunde das Bedürfnis nach Zugehörigkeit und Anerkennung nicht erfüllen können, versucht ein Individuum Ersatz zu finden. Radikalisierte Gruppen bieten diesen Ersatz. Denn hier erlangt das Individuum seine Bedeutung in erster Linie nicht durch persönliche Leistungen, sondern durch jeweils relevante Zugehörigkeitsmerkmale wie seine Herkunft oder Religion. FEMALE Untertitelung von KCB